Hilfe, ich kann nichts mehr riechen, ich kann nichts mehr schmecken, was kann ich tun, geht das wieder weg. Ja darum geht es heute in unserem Video, vielleicht kennt ihr das oder ihr kennt jemanden oder steckt gerade selber mittendrin, dass plötzlich Geruchssinn und Geschmackssinn verloren gehen und es schmeckt alles wie Pappe und nur noch an der Konsistenz kann man eigentlich unterscheiden, was man da gerade isst oder was man riecht. Nun die Hintergründe hier sind vielfältig, das werden wir uns heute anschauen, was sind die Ursachen und was kann man tun, damit es besser wird. Wichtig ist zum Verständnis zu Beginn, der Geschmack und Geruchssinn sind voneinander getrennt, Geschmackssinn wird über die Knospen, Geschmacksknospen auf der Zunge primär mal erzeugt oder wahrgenommen und Geruch wird wahrgenommen durch bestimmte Rezeptoren und Sensoren in der Nase, so Geruchssensoren und die sind verbunden mit bestimmten Nerven. Der Geruchssinn ist verbunden mit dem ersten Gehirnnerv, das ist einer von zwölf, zwölf gibt es insgesamt, vier sind verantwortlich fürs Schmecken und Riechen, fürs Riechen vor allen Dingen der erste, das ist der Nervus olfactorius und fürs Schmecken sind drei andere verantwortlich, das ist der Nervus facialis, das ist Nummer sieben, Nummer neun ist Nervus glossopharyngeus, der ist fürs Schlucken auch verantwortlich und die Nummer zehn ist der Vagusnerv. Gut genug mit dem medizinischen Kauderwelsch, das was jetzt sein kann ist zum einen, dass es eine rein mechanische Problematik gibt mit den Rezeptoren, die die Geschmacksstoffe oder Geruchsstoffe aufnehmen, dann kann es sein, dass es eine Störung gibt zwischen der Kommunikation von Rezeptor zu Nerv, dass quasi der Rezeptor zwar was aufnimmt, aber irgendwie geht es nicht richtig an den Nerven ran und damit es weitergeleitet werden kann ins Gehirn oder der Nerv selber hat ein Problem, der diese Information transportieren soll ins Gehirn oder das Gehirn hat das Problem und die Ursache liegt irgendwo im Gehirn an der Stelle, wo das Ganze an die Information verarbeitet werden. Jetzt gibt es verschiedene Ursachen, verschiedene Gründe, warum das passieren kann. Das eine ist mal das Klassische, wenn ich eine Infektion habe, es kann eine chronische Infektion oder eben eine akute Infektion sein, meistens mit Viren oder auch mit Pilzen, Pilztoxinen. Das kann sein, dass das eine der Ursachen ist, bei der Infektion ist es naheliegend, wenn die Nase verstopft und zu ist, es geht keine Luft durch, dann ist es eine ganz rein mechanische Geschichte, da kann einfach nichts so richtig an die an die Nase ran. Bei der Zunge ist es so, wenn der Rachen belegt ist und ich viel huste und alles ist irgendwie zu und dicht, dann kann es sein, dass ich auch nicht richtig schmecke. Das sind so die mechanischen Ursachen. Eine andere mechanische Ursache, die jetzt nicht mit der Infektion direkt zu tun hat, aber auch mechanisch ist, ist zum Beispiel, wenn ich mir die Zunge verbrannt habe oder verätzt habe oder genauso die Riechnerven, die Riechrezeptoren mir verbrannt oder vernetzt habe. Verbrennen kann ich das, wenn ich jetzt wirklich, das sind Ausnahmefälle, in einem in einem heißen Haus bin, wo es wirklich brennt und ich kriege heiße Dämpfe, heiße Luft ab oder so, dann kann es sein, dass da wirklich eine innere Verbrennung entsteht und das kann dazu führen, dass ich auch nicht mehr gut riechen oder schmecken kann. Aber zurück zur Infektion, wir wissen Viren und Pilztoxine und hier ist eben entscheidend, dass ich weiß, ich muss die Grunderkrankung im Grunde in den Griff kriegen, also wieder gesund werden. Wenn ich schaffe gesund zu werden, dann ist normalerweise auch alles wieder gut, also schauen, dass die Nase frei ist und dass ich den Infekt im Grunde genommen los werde. Ich sage da gleich noch ein bisschen was zu, aber das ist schon mal das eine natürlich, das ist bekannt. Wenn ihr vorher riechen konntet, hattet einen Infekt, könnt jetzt nicht mehr riechen, dann hängt das ja irgendwie zusammen. Ich denke, das ist für die meisten logisch. Was sein kann zusätzlich sind Vergiftungen, Toxine, einmal Chemikalien, wenn ich einen Beruf habe, wo ich viel Chemikalien einatme, dann kann es passieren, dass ich bestimmte Gerüche nicht mehr rieche oder komplett einfach nicht mehr gut riechen kann. Das betrifft Maler, das betrifft Friseure und andere Menschen, die irgendwie in der Industrie mit Chemikalien zu tun haben. Dann kann es sein, dass es Umweltgifte sind, Schwermetalle, Leichtmetalle, allen voran ist das Cadmium bekannt, dass es den Geruchsverlust machen kann, wenn ich viel Cadmium abbekomme. Wo ist viel Cadmium drin? Vor allen Dingen Abgas unserer Autos. Man hat damals das Blei im bleifreien, im verbleiten Benzin, hat man rausgenommen und mit Cadmium ausgetauscht. Und jemand, der viel zu tun hat mit Autos, mit Benzin, der in der Straße arbeitet oder ähnliche Dinge macht, könnte passieren, dass dann der Geruchssinn verloren geht und dann liegt es vielleicht daran. Da wäre dann schlau, einfach an die Entgiftung zu denken, weil da sind die Nerven im Grunde vergiftet und man muss versuchen, das Ganze zu entgiften. Es kann natürlich auch sein, dass die Rezeptoren wirklich Schaden genommen haben und dann kann man wahrscheinlich gar nicht mehr viel machen, aber die Entgiftung ist immer, immer wertvoll. Wir haben hier unter dem Video in der Beschreibung haben wir auch so einen Schwermetallentgiftungskurs, den wir anbieten. Vielleicht ist das was für dich, dass du da mal nachschaust, wenn du da betroffen bist. Ja gut, dann gibt es weitere Gründe. Ein nächster Grund ist Mängel. Es kann sein, dass es zu Mängeln im Körper kommt, die dann verhindern, dass sich gut, dass das der Transport der Informationen gut funktioniert und es können verschiedene Nährstoffe sein. Aber ein Hauptnährstoff, Hauptnährstoff, den wir hier brauchen, ist Zink und allen voran, wenn wir eine Infektion haben. Also wenn du aufgrund einer Virusinfektion, besonders 2020, mehr sage ich jetzt nicht, damit unser Video nicht gelöscht wird, wenn du aufgrund einer Virusinfektion einen Geruchsverlust hast, dann solltest du schauen, dass du möglichst Zink aufnimmst. Und da kannst du ruhig mal hochdosiert arbeiten und etwas über den Anweisungen der Packungsbeilage hinausgehen für eine kurze Zeit. Die Empfehlung ist dann, dass man dreimal täglich 30 Milligramm Zink aufnimmt. Am besten nimmst du Zinkhistidin, das wird am schnellsten und besten verarbeitet. Danach kommt Zink-Orotat und was ich empfehle, ist, dass man sich beide Sorten besorgt, einmal Zinkhistidin und einmal Zink-Orotat, um dann beides entsprechend gut aufzunehmen. Ja und keine Sorge vor der hohen Dosierung, wenn man das eine kurze Zeit macht, mal so für sieben bis 14 Tage, kann hier gar nichts schief gehen. Im Zweifelsfall fragt natürlich einen Therapeuten, wenn ihr jemanden an der Hand habt, der euch da vielleicht noch beraten kann oder einen Arzt, aber das ist eine gute und ungefährliche Möglichkeit. Solltet ihr bei der Zink-Einnahme merken, dass ihr Krämpfe bekommt, dann liegt es nicht jetzt an Magnesiummangel, sondern unter Umständen an einem Kupfermangel, der entstehen kann, wenn man viel Zink aufnimmt, aber normalerweise so nach 14 Tagen, 4 Wochen, sollte da kein Kupfermangel entstehen, es sei denn, ihr habt eh schon einen und ansonsten ist es für die lange Strecke gut, wenn man dann das Zink immer wieder mal einnimmt, vielleicht so einmal am Tag und irgendwann kann man das dann auch wieder aufhören. Wie gesagt, im besten Fall unterstützt euch da jemand, der sich therapeutisch gut auskennt. Dann ist es so, was natürlich sein kann, dass die Gifte da sind von Viren, von Pilzen, dass Toxine da sind und die kriegt man gut raus mit der Alpha Liponsäure, die könnte man dann zusätzlich ergänzen, wenn ihr merkt, dass das mit dem Zink nicht funktioniert, nehmt ihr noch Alpha Liponsäure dazu und da am besten dreimal am Tag, eine Kapsel und dann könnt ihr zusätzlich dafür sorgen, dass dann diese Toxine ausgeschwemmt werden und dann sollte es mit dem Geruchssinn normalerweise wieder gut funktionieren. Gut, was gibt es noch für Gründe, warum der Geruchs und Geschmackssinn weg sein kann? Einer der Gründe sind chronische Erkrankungen, Diabetes ist zum Beispiel so eins, da kann es einfach sein, dass die Nerven langsam nicht mehr richtig versorgt werden mit Blut, weil die Blutgefäße kaputt gehen durch den zu hohen Zucker oder andere Stoffwechselerkrankungen können da ebenfalls eine Rolle spielen. Wenn da so eine Grunderkrankung zugrunde liegt, dann ist es einfach wichtig, die so gut es geht zu behandeln und frühzeitig zu behandeln und das letzte was sein kann, das sind so die schwerwiegendsten Fälle für den Verlust von Geruchs und Geschmackssinn, das sind die zerebralen Probleme, also alles was mit dem Gehirn zu tun hat, das kann einmal akut sein, das heißt durch einen Unfall, durch einen Sturz auf den Kopf, Schlag auf den Kopf, kann es sein, dass für eine kurze Zeit diese Nervenkommunikation eingeschränkt ist und wiederkommt, aber es kann tatsächlich auch sein, dass es passiert aufgrund von einer neurologischen schwereren Störung wie zum Beispiel MS oder Parkinson oder Alzheimer. Es gibt hier, wenn ihr den Verdacht habt, eventuell, dass sie in die Kategorie gehört Alzheimer zu bekommen, gibt es einen Test, den man spannenderweise mit der Nase macht und zwar braucht ihr Erdnussbutter und ihr riecht dann an dieser Erdnussbutter, lasst auch vorher mal andere dran riechen, ob das auch wirklich riecht und wenn ihr dann selber dann riecht und ihr riecht nichts, dann ist höchste höchste Alarmstufe und dann ist der Hinweis, ein ganz starker Hinweis, dass das Hirn, das Frontalhirn anfängt abzubauen und wenn ihr dann noch Maßnahmen ergreift, habt ihr vielleicht die Chance, das Ganze noch zu stoppen, dass es nicht in die schlimme Richtung geht. Okay, das zum Thema Geruchssinn, Geschmackssinn, wenn ihr da nicht weiterkommen solltet, habt ihr jederzeit die Möglichkeit natürlich uns zu schreiben und wir bieten euch die Möglichkeit an, dass wir euch da weiterhelfen, wenn ihr das braucht und ansonsten einfach gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, abonniert unseren Kanal, wir wünschen euch alles Gute, ciao der Matthias. Bis zum nächsten Mal.